Ah, so. Okay. Weiter geht's. Leider hab ich jetzt das Ei verloren, aber naja. Nächsten muss auch mal sein. Nein! Oh. Ich hasse es. Boah, das willst du denn hier? Ja genau, und zerstören auch mein Ei. So. Ist ja auch immer nie etwas mit diesem gescheuerten Teil. So. Und vor allen Dingen, warum müssen das immer so viele Schläge sein? Es reicht auch, wenn ich das einmal mit zum Teil treffe. Oh. Danke. So. Oh, nee, ey. Ich hasse es. Danke. Wenigstens Gesundheit. So. Okay, nehm ich erstmal das da. Nehm ich schon mal ein Ei mit. Dum 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 dum. Okay, da ist es ja schon. Bäm! Ah, da. Oh. Haut doch ab. Boah. Boah. So. Endlich. Ich will da nur meine Arbeit verrichten. Da dum 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 dum. Da dum 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 dum. Yay! Okay. Okay. Da hinten. Nehmen wir mal wieder eins mit. Um den hier. Na super. So. Das hat sie jetzt voll gebracht. So, wo ist hier ein Ei? Da. Oh. Jetzt aber. Ja, genau. Und nochmal. So, wo ist jetzt da? Und BÄM! Genau. Kann man überhaupt nicht in Ruhe arbeiten? Ohohoho, so. Dum 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 dum. Oh, Nippa! Okay, noch eins, und es befindet sich ... Yay! Das ist doch mal toll. Gleich das Ei. Oh. Wo kommen die denn immer so schnell her? Die Stromschlösser sind offenbar ausgeschaltet. Komm zurück und stemm die Tür für mich auf. Okay. Wo war das denn? Wo war das? Boah, da fliegt sie schon wieder. So. Ah! Da oben. Okay. Ähm ... Da ... Du, 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 du ... Okay. So ... Ok ... So, da rüber. Okay. Oh Gott, ey. Ich hasse dieses Gebiet. Hallo. Aua. Etch, etch. So. Ist hier hoch? Da hoch. Oh, immer voll die Umwege. Jetzt ist hier hoch. Jetzt war das wo? Es war da, okay. Dum 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 dum. Ich komme, Sly. Ich komme. Yay. Gib alles, Mary. Gib alles. Yay. Oh mein Gott. Bist du lahm? Danke. Hey, vorsichtig bleiben. Hier bimmelt von Lasersicherheitsanlagen. Geh zuerst zum anderen Ende des Raums. Sprich dann in den zweiten Stock zum Maschinenraumkontroll. Huch. Hahaha. Gar nicht übertrieben hier, ne? Oh mein Gott. Ach, der ist so eine... Oh, ich muss in den Entgegengesetzte, oder? Hä? Ach, das ist... Ich muss mich... Oh, alles klar. Schon erstmal hoffen, weil sie den Arsch verbrannt. Bis man es ja nicht mal checkt. Hahaha. Das Teil könnte sich ja auch mal so ein bisschen... ...schneller bewegen. Oh. Ich habe irgendwie das Gefühl, was zu verpassen. Oh nein. Jetzt bin ich doch hier wieder am Anfang. Willst du mich verarschen? Wie? Oh. Oh mein Gott. Wir haben ja Zeit. Oh, verdammt. Ich sehe es schon, komm, jetzt kurz vorher, ne? Kurz vorher. Yay! Mit einem gut abgestimmten Turmsprung, wo haltest du reinkommen? Oh. Eben, ich muss jetzt wieder einmal rum, ne? Ach, danke, wenigstens etwas. Ach, ach so, ach, Entschuldigung. Oh Gott, ich bin heute irgendwie verpeilt, keine Ahnung. So was mag ich nicht. Und ob der Tresor, yay! Dieser Arpeggio weiß wirklich, wie man Algorithmen verschnitten. Mit 86,5%iger Wahrscheinlichkeit ist der Code 725. Na, was kriegen wir? Yay, das sieht cool aus. Sicher Unsichtbarkeit, oder? Schattenkraft? Schattenkraft? Du hast die Schattenkraft erhalten! Was ist das denn? Schattenkraft. Wenig ohne... Ja, sah ich doch. Das ist cool. Damit wäre dieser Motor erledigt. Nee, nee, nee. Nee, nee. Wieder zurück. Ist nicht euer Ernst. Ach, nee, das... Ach! Lol, ob's ich. Tun da noch so rum. Oh nein, fail. Okay. Yay. Okay. Oh nein. Nicht mehr... Oh Gott, bin ich heute verpeilt. Okay. Okay.